Am 3. Juni 2007 trafen sich rund 20.000 Pilger und Besucher am Hindu-Tempel in Untrop, um dem Aussuch der Göttin Sri Kamachi Ampal beizuwohnen. Der neue, fast 10 Meter hohe Prozessionswagen war das Highlight des diesjährigen Tempelfestes. Er lockte im Vergleich zu den Vorjahren noch mehr Gläubige in das Untropper Industriegebiet. Der neue, fast 10 Meter hohe Prozessionswagen war das. Applaus 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 Applaus